Sie haben uns auf einen, ja, die haben uns ja auf einen anderen Host-System geschmissen. Aber es funktioniert einstellen, der trotzdem nicht. Ach ja, per die kurze Frage, musst du zum Halber oder kannst du länger? Ich kann länger. Okay. Ich würde mein ganzes Inventar wieder sortieren, Alter. Ich weiß mal schon, dass ich meine Sachen mal wieder bekomme. Da, wo ich gestorben bin, waren ultra viele Tiere. Also hoff drauf, dass ich das Zeug wieder finde. Weil wir müssen noch länger hungern. Lass uns zumindest schon mal wieder kühl, das ist gut. Oh Gott, selber lag. Oh, ich hab grad zwei Kühe mit einem Schlag getötet. Why not? Why das Server not lag? Ähm, wie doch genau. Also, fast jeder Serveranbieter ist bei Modpacks fast überlastet. Äh. Weiß nicht, warum das so viel braucht. Keine Ahnung. Ne, vielen Mods vielleicht. Ja, aber... Ja, aber... Vor allem sind ja auch so viele Mods, die verbrauchen schon gut ihren Platz. Ich hab auch keine drei Gigabyte. Ich hab auch keine drei Gigabyte. Ach, quatsch. Ach, quatsch. Ach, quatsch. Ach, quatsch. Du hast mir kein Geruchstelefon. Ey. Ich lass uns nicht. Wollte ich jetzt... Durch... 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 PC... Durch... Boxen. Ey, putzen, kurzem Lebensalltag hinzu. aber nicht mehr in der Aufnahme, du Fotze ich find meine Sachen nicht mehr, Juli Alter, mein... Alter, du sagst! Nein, wie kommst du da drauf? Da steht du... Hä, was ist? Das Kripo, unser Eingang ist ein bisschen zerstört Ist die Kisten kaputt? Das ist der Eingang Also, du, dann soll es in Ordnung Soll eine Kiste noch... Ganz in der Kunst, das... Das ist ein gleiches Loch Bochen Hm Soll ich dann... ... nur wie die falschen... So... Ich kann mir ein Brot machen Das ist doch schön Besser als gar nichts Besser als gar nichts Ich habe wieder extrem viel Rubber und man zeige es weg das ist natürlich nicht schön ich habe ein bisschen was zu essen dabei ich kann mich ja mal zu der anderen seite begeben oder wo bist du denn überhaupt ist ich bin wenn du gerade nach oben gelaufen bei der karte nach geradeaus nach oben relativ geradeaus noch um also die oberen bereich bin ich so ich dann auch unten oder ich gehe mal du nach links genau nach links links ist schneebi rechts rechts geht es dann weiter mit dem mit dem wald und das sehe ich auch zu wo dreht sich deine karte gut ich hasse es wenn die sich dreht ich nicht da warte mal noch mal zu euch da unten dein hund ja dein hund da läuft gerade rum was ist das ich sehe einen blauen baum das habe ich auch vorhin schon gesehen was ist das für ein wurd keine ahnung wo ist wurd light blue strained leaf ein ja wohl dazu ja warum nicht das ist ja nicht mehr ist noch nicht mal fünf Minuten vergangen das zeug liegt nicht mehr da das mit kürbis sollen wir die mitnehmen ja wecken kürbiskuchen wie macht man dann mit Ei und Zucker ich habe ich habe ich auch ganz viele ich habe sogar 24 Nummer 24 Kuhfleisch zu steaks oh das ist so nice lol ich bin bei dir ich bin bei dir das war aber mein Tönchen was ich entdeckt habe nichts ich habe sie vor dir entdeckt es ist noch mehr warte mal hab ich nicht darüber gelaufen und dann gestorben naja kann gar nicht sein fünf Minuten sind aber schon lange vorbei ich bin auf fünf Minuten wenn es sich genutzt und bis zu dem Samstag mit der Arsch es nur gelang vorbei doch schon länger als fünf Minuten na klar Pettit verliert so schnell die Zeit stimmt nicht so Lüge war einfach nur konzentriert gefühlt ist alles die sind hier die noch hier ein nicht mehr von mir du leckermann herkete und fleisch ich möchte noch ein bisschen formen denn sie nicht verrägst sie gibt mir das entgegen mir das rote schicken und ich gebe dann das andere fleisch achten die Braten nicht schon nur aber Robby 5 in rote schicken es kriegst auch irgendwann hunger die wir uns haben nicht gleich wo bist du überhaupt ich bin auch zur anderen Seite rüber gelaufen wo du warst oder wo du rüber gelaufen bist geschworen bin ich sehe dich hier 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 die griecher Heim oder jetzt erst mal Selbstmord ich bin warum nicht dann hat sich die fiktig ich will hier umbringen weil ich nicht mehr rennen kann nein ey da ist ein brutal ich glaube da gehe ich mal rein du warte mal scott was macht denn jetzt doch mein Hund das kratzt irgendwo rum ich komme am teppich oder so wenn ich jetzt nach diesem mini ruckler da rauskriegt dann wird es gut dann werde ich hab deine Sachen wie du hast mit dann sammeln wir bitte auf ich komme dann gleich wieder zu dir es war an der Höhle naja ich weiß nur noch dass ich irgendwo an einem Dingfleck war an einer geraden Ebene oder so ja war es ziemlich ich mach mal schon was zu essen dann komme ich wieder zu dir und dann passt das du die dumm du die da die die dumm du 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 das